Seid ihr auch alle da? Ja! Dann filmen ab! Nach dem Kinderbuchklassiker von Helme Heine. Willkommen in Mulleback. Die drei Freunde und ihr größtes Abenteuer. Also ohne mein Fahrrad gehe ich nirgendwo hin. Los geht's! Noch mal gut gegangen. Hast du dir wehgetan? Franz von Hahn. Der dicke Waldemar. Und? Mauser. Johnny Mauser. Mullewapp. Das große Kinoabenteuer der Freunde. Kinoabend? Hier? Das darf ich nicht verpassen. Ab Sommer im Kino.